Ich sah ein Symbol mit zwölf Kreisen. Für was steht es? Das Symbol? Der Götterhammer. Du, und zwölf sind die Stirn und die Worte kommen ihm nur langsam über die Lippen. Dieses Symbol? Der Götterhammer. Dann war es das Götterhammer-Symbol, das ich auf dem Stab ausgehen sah. Hm, Wächterin, das ist aber kein Rätsel. Zwölf von uns waren von nöten, um den Götterhammer zu bauen. Hinterher trennte ich mich von ihnen allen, um zu sehen, was Magran mit mir vorhatte. Seitdem habe ich keinen von ihnen wiedergesehen. Du bist dir sicher, dass an dieser Geschichte nicht mehr dran ist? Du, und schaut dir direkt in die Augen. Leute, wie du interpretieren ihre Vision gerne so, dass sie in die Vision der Wahrheit passen, die euch am besten gefällt. Magrans Flamme, aber lässt keinen Raum für Interpretation. Mit deinen Verzerrungen der Wahrheit und deinen Fieberträumen verschwendest du die Zeit anderer. Oh, ich habe Erfahrung kehrerhalten. Ich weiß, was ich gesehen habe. Flammen verzerren alles um sie herum, und du scheinst nie weit von deiner Flamme entfernt zu sein. Flammen mögen ja keinen Zweifel daran lassen, was oder wo sie sind. Warum es sie gibt, darüber rätselt jedermann. Ist doch keine Schande daran, wenn meine Wahrheit interessanter ist. Nehmen wir mal die drei. Die Verrückten versuchen immer andere von der Realität zu überzeugen, die nur sie sehen können. Wenn deine Doktrin aber wahr ist, dann bedarf sie keiner Überzeugungsarbeit, nur dem Öffnen der Augen. Wenn ich dächte, dass es helfe, würde ich dich reinigen, Wächterin. Der Preis war für mich zu belästigen, scheint ich kaum zu sorgen. Ich glaube, Magram versuchte, dich zu töten. Ja, das mit der Seele hatte ich schon, wenn du verwundet worden bist. Da, da, da. Es gibt keine Beweise, Wächterin. Ich war nur ein Narr zu glauben, du könntest mir helfen, weiterzusehen. Wenn du mir nicht vertraust, dann vertraue deinem Stab. Gib zu, dass die anderen Erbauer des Götterhammers tot sind. Thomas wendet sich dem Stab zu und einen Moment lang siehst du seine Augen brennen. Die Ränder des Holzes, die dort eingekerbten Symbole betrachten. Die Elf verblassten Kreise. Sie sterben in der Blast, ja. Die anderen Elven. Ich war der einzige, der weg zu gehen. Ich dachte, wir hätten unsere Götteres falsch verstanden. Dass das mein Trial war. Und wenn ich mich selbst wertvolle, wertvolle von ihr, hätte ich besser gewusst haben. Es ist nur ein Gott der Redemption. Und ich sah ihn, dass er endet. Ja, sie starben bei der Explosion, die anderen Elf. Ich war der einzige, der überlebte. Ich dachte, wir hätten unserer Göttin Unrecht getan. Dass dies meine Prüfung sei, dass ich mich als würdig erweisen könnte. Irrerwürdig. Ich hätte es besser wissen müssen, denn es gibt nur einen Gott der Erlösung und für dessen Tod bin ich mitverantwortlich. Als er den Start studiert, spürst du eine Hitzewelle, eine fürchterliche Energie, die wellenförmig von ihm ausgeht. Sie ist so stark, dass es sich anfühlt, als befindet sich der Götter aber selbst in seinen Händen. Und da hörst du ein Wein wie von einem Neugeborenen. Deine Augen spüren den weißen Blitz und dann hundert imaginäre, violett-weiße Schatten, die ins Geräule eines Sturmes und darunter strömen und kreisen. Das Malen uralter Maschinen aus Stein, Fels und Metall. Die Malen und Drehen, bis sich alles um dich herum anfühlt, als würde es brennen und in die Schatten der Erde versinken. Unterhalb der Eredoberfläche, dem einzigen Ort, wo eine Seele Zuflucht finden könnte. Genau. Als seine Vision wieder verschwindet, siehst du Duwins, der den Stab mit seinen Händen umklammert hält. Seine Augen brennen feuerrot. Über die Spitze des Stabes brennt eine helle, klare, abgesetzte Flamme. Er reißt seinen brennenden Blick hinfort und stößt wie ein verwundetes Tier ein entsetzliches, brüllendes Geheul aus. Schweiß läuft ihm über die Stirn hinab. Durins, wir können das in Ordnung bringen. Wir können dafür sorgen, dass Gerechtigkeit geschieht. Ihr und Wodika. Das hier ist noch nicht vorbei. Wir haben noch viel zu tun. Wir können das in Ordnung bringen. Wir können das in Ordnung bringen. lies must be answered and now it seems I must take fire in war from a goddesses false claim as well I still take from her strength as I did for as long as it lasts for I shall not cast her aside yet until I have drained her dry and had my fill just as she intended for me when I just think that I did here, that I did here, that I followed Dorons Gesicht verzerrt sich zu einem Zähnefäschen now will I no longer dienen, Oedekas Lügen must be seen and then I must now now fire and war from falschen behauptungen of a goddesses ertragen, sein Gesicht wird stein und seine brennenden Augen wirken fast hungrig I beziehe immer noch stärker von ihr wie früher solange es geht Dorons Knurr, denn ich werde sie nicht beiseite stoßen bis ich ihr alle Stück Stärke geraubt und selbst genug habe genauso wie sie es mit mir vorhatte for I have learned one of the lessons of the faithful the faithful may wound a goddess greater than any enemy a purification is coming and this fire shall consume them both denn ich habe eine Lektion der Gläubigen erlernt die Gläubigen können eine Göttin schwerer verwunden als jeder Feind eine Reinigung steht bevor und dieses Feuer wird sie beide verschlingen ja, ich wollte dich noch was fragen dann lass uns weiterziehen die Prüfung des Dorons abgeschlossen und irgendwas hat sich hier noch getan? oh, wir haben schon abgeschlossen ein Handelsschiff aus Rautai ach nee, halt hier, Palegina reiste von der Götterhammer-Zitadelle nach Norden in die rätzeranische Hafenstadt Bernhard die Piraten hatten dort angelegt und ein Großteil der gestohlenen Beute verkauft Hinweise und Gerüchte von Kaufleuten und aus der Unterwelt führten Palegina zu den Knocheninseln in einem kleinen Archipel Nordwesten von Oeceras die Teuchkühnerinnen unter den Piraten wehrten sich aber die meisten flohen mit kleinen Teilen der Beute am Ende gelang es Palegina über die Hälfte des Siemensguts wieder zu beschaffen ein Gegenstand, eine kleine seltsame Tauchglocke gehörte allerdings niemanden in dem Konglomerat aus Kaufleuten das für die das für die Wiederbeschaffung bezahlt hatte Verteidigung gegen Giftangriffe Verteidigung gegen Drachenatemangriffe oh, sonst kann er der gut gebrauchen und das wollte ich nicht ich wollte hier rein ja, wir haben die Frühflug des Durants abgeschlossen wow, das ist viel das hatten wir als letztes da sind wir jetzt Stunde 16 Stunde 22 achso Tag ich hatte Stunde 22 ich hatte noch einen Traum über Durants ich sah ein brennendes Symbol auf seinem Stab ein Kreis aus zwölf kleineren Kreisen als ich ihn betrachtete verblassten alle Kreise bis auf einen in meinem Traum schien Durants zu versuchen, sie wieder zu entfachen womit er aber keinen Erfolg hatte vielleicht weiß Durants, was das zu bedeuten hatte schließlich konnte er mir auch beim letzten Traum weiterhelfen nachdem ich erfahren habe, dass Vodica für weit wenn es vermächtnisverantwortlich ist habe ich jetzt viele Fragen über die Umstände des Kriegs des Heiligen und die Vernichtung von Eotas Durants könnte mir vielleicht weitere Einblicke gewähren die Diskussion über Vodicas Verschwörung und den Tod von Eotas erschütterte Durants angesichts der Tatsache, dass der Götterhammer Magrans Werk war scheint es wahrscheinlich, dass Magran mit Vodica gemeinsame Sache machte Durants aber scheint das immer noch abzustreiten wenn ich ihm mit seinen eigenen Worten den schlagenden Beweis davon liefere könnte ich ihn damit vielleicht aus Magrans Griff befreien als ich Durants über die verblasstenen Kreise auf dem Stab fragte wich er mir aus er behauptete, sie würden seine verlorene Verbindung zu den anderen Ingenieuren des Götterhammers darstellen die er nach der Vernichtung von Eotas zurückgelassen hatte um seinen eigenen Weg zu gehen wenn er in die richtige Zeit gekommen ist, werde ich mal sehen, ob sich darüber nicht mehr erfahren lässt ich schaffte es Durants Magrans Verschwörung mit Vodica zum Bau des Götterhammers vor Augen zu führen sie ignorierte ihn nicht deshalb, weil er ihr Unrecht getan hatte sondern weil sie ihn eigentlich zusammen mit den anderen Götterhammer Ingenieuren in den Tod hatte schicken wollen um ihre direkte Verwicklung in die Vernichtung von Eotas geheim zu halten obwohl dieses Bündnis zwischen den Göttinnen anscheinend nicht von langer Dauer gewesen war wirft es neues Licht auf den Krieg des Heiligen und der anschließenden Epidemie der Hohlgeborenen Kinder Durants hat sich seinerseits von seiner Göttin losgesagt und Rache geschworen als ein Mann, der schon einen Gott getötet hat scheint er zu den wenigen lebenden Leuten zu gehören die eine solche Drung wahr werden lassen können ja dann würde ich vorschlagen wir reisen in den Esternwald Boxen da noch den Eotas Priester um, der dafür Schande sorgt und dann gehen wir in den Kupferweg oh und Kapellenbau ist abgeschlossen dann die Handwerkshalle, weil die noch für ein zusätzliches Sicherheit sorgt die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass der Behrer Priester da oben ist die Handwerkshalle, weil die Hohgeborenen Da ist drauf, hm? Okay, Versteinerung hat nicht viel geholfen. So kann er dann, hol mal Ruka. So, ihr seid so gut wie froh. Oh. Aber der hat da schon was Gutes. Denk ich mal. Mantel der schlechten Bezahlung. Nimm den auch mal fürs Erste. Also ja, du hast was besseres schon als das. Bis wir deine mal verbessern können, nimmst du mal die hier ein bisschen, eine Weile. Oh, ein Hähnchen. Trank des Bollwerks und jede Menge Geld. Gut. Dann geht's von hier aus noch in den Kupferweg und dort speichern wir dann mal. Dann werden wir in der nächsten Folge erstmal rasten wahrscheinlich und dann tief, tief hinabsteigen wieder mal. Oh, wieder mal Gefolgsmann-Zeittag. Wir sind halt grad viel am rumreisen. Oh, in fünf Tagen wird die Festung angegriffen. Okay. Das auch noch. Dann speichern wir jetzt erstmal. Ah, das ist jetzt 37. 37. 037. Speichern. Und dann gibt es jetzt einen Cut. Bis gleich. 9. 7. 14.